Wir sind hier in der Servicestelle Studium und Behinderung. Ich bin Fatima Gorenekli, die Koordinatorin davon und ich bin die erste Anlaufstelle für alle Studieninteressierte und Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung oder psychischer Erkrankung. Also ich berate Studierende, Studieninteressierte, Prüfungsämter, alle die mit dem Thema Studium und Behinderung zu tun haben zum Thema Nachtragsausgleich. Das ist das häufigste Thema. Die Studierenden kommen zu mir und wir überlegen, was schränkt sie ein und wie schränkt sie das ein und wie können wir das ausgleichen. Das betrifft auch die Prüfungsämter, die kommen auch zu mir oder manchmal kommen auch Studierende mit ihren Eltern beispielsweise, wenn sie gerade ein Studium anfangen wollen, überlegen, ob sie bei uns hier in Kassel studieren möchten. Dazu berate ich. Ich betreue die Studierenden auch von dem Zeitpunkt kurz vor ihrem Studium, wenn sie sich das erste Mal informieren, über das Studium hinweg bis zur Abschlussphase. Immer wieder fallen Fragen auf und dann bin ich dann da als erste Anlaufstelle. Und dann haben wir an der Uni von der Uni selber noch verschiedene Angebote für Studierende mit Beeinträchtigungen. Da gibt es beispielsweise für Mobilitätseingeschränkte haben wir Aufzüge oder wir haben die Türen vergrößert. Dann haben wir zum Beispiel für blinde Studierende. Da haben wir draußen auf dem Campus und auch in den Räumen so ein Blindenleitsystem, dass sie mit dem Stock, mit dem Blindenstock eben den Weg anhand dieser Linien finden können. Dann haben wir in der Bibliothek den Blindenarbeitsplatz. Das ist ein ziemlich großer Raum tatsächlich, wo ganz viele Geräte stehen und dass eben ein blinder Mensch in der Bibliothek gut seine Bücher suchen kann und da recherchieren kann. Wenn jemand eine chronische Erkrankung oder eine Behinderung oder etwas anderes hat, was ihn im Studium einschränkt, sollte die Person auf jeden Fall erstmal zu mir kommen und dann schauen wir, was es genau ist und wie wir von Uni-Seite vielleicht das Studium umgestalten können, sodass die Person unter gleichen Voraussetzungen oder vergleichbaren Voraussetzungen das Studium bewältigen kann wie die Kommilitonen. Voraussetzungen. Voraussetzungen.